Ich bin Thomas Müller und das ist mein Team. Kingsley Coman, Leroy Sani, Jamal Musial. Ich bin Manuel Neuer und das ist mein Team. Joshua Kimmich. Was machst du da? Lukas Hernandez. Bruno Davies. Watch out, please. Das Spiel geht bis 21. Punkte gibt es. Jeweils einen, wenn der Sack auf dem Brett liegen bleibt. Drei Punkte, wenn der Sack ins Loch geht. Immer abwechselnd. Rot, schwarz, rot, schwarz auf der Seite und dann auf das andere Team. Nuki, du beginnst. Bis 21. Jeder hat einen Säckle oder was? Ach, wenn der liegen bleibt, ist Punkt und wenn er reingeht, drei. Ja. Bravi. Ja? Nein, zählt nicht. Was? Wo denn? Du hast doch gerade das gesagt. Nein. Wow. You push me. Okay. 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 Au. Ein Punkt wegen Berührung. Aber ist auch sehr windig. Perfekt. Buin. Wer sagt Buin? Hey, Junge. Habt ihr noch nie so Boccia oder so? Wow, schade. Leeroy ist hier, oder? Ich kann das doch nicht, Mann. Alle Säcke wieder da rüber. Der zählt nicht. Der zählt nicht. Der war am Boden. 0-0. Ah, dumm Arsch. Okay, Leeroy, ich bin warm jetzt. Ich nicht. Du bleib ich. Drei. Ich mach. Das ist echt schwer. Habt ihr noch nie Boccia gespielt? Der 20. Ah, nein. Leider nicht. Schon weiter Weg, ne? Ja, ist schon echt weit. Das ist nicht einfach. Gut, Manuel. Ah! Aber da ist auch ein bisschen Wind drauf. Das tut so, als wenn ich besser sei als hier, Alter. Lass uns ein bisschen weiter auseinander machen. Bully! Sehr gut, King. Aber das war der King. Oh, kurz. C'est bon. Ja, jetzt ihr. 1-0 für uns. Nein, nein. Ihr seid dran. Lasst uns auch nochmal in Anbetracht der Zeit einen Meter weiter vor. Danke. Jetzt geht's los. Okay. 1-2. 1-0. 1-0 rot. 1-0 rot. Jetzt. Bravo. Jetzt. Stade. Aber guck, ich war von vorher noch. Das war direkt rein. Stade. Gut, der Läs. Das war von vorher perfekt. Jawoll! 1-1! 1-1! 1-1! Du hast einen schlechten Touch. Komm, mach noch einen. Bravo! Das geht doch gar nicht. Bravi, bravi, bravi. Lieber wechseln wir Seiten. Ich muss hier auch schießen. Jawoll! Wie viele Punkte ist das? 3-3. Mann, Alter! Oh, das ist ja unglaublich. Wie viel steht es in Summe? 4-1. Wie oft danach noch? Bis 21. Was? Ja! 4-3! Wir können noch niemals bis 21 spielen. Ja, das haben wir letztes Jahr auch gesagt. Das ging dann fix. Bambi, komm mal. Aber ich habe einen Block gemacht. Du hast keinen Block gemacht. Du hast ihm die Chance gegeben, dass er noch endlich flutscht. Nein, du musst meins treffen. Was hast du vor, Bambi? Jetzt, ich treff den. Ja, ich habe den. Ja, ich habe den. Oh, schade. Ich habe ein bisschen mehr Spin. Komm von hier. Schade. Zwei vor, oder? Das können wir nicht besser. Also, ich habe überall geworfen. Ich habe den perfekten Block gemacht. Guck, sonst wäre es sein... 7-4. 4. 7-4. 4. Ja, 7-4. Stark. 8-4. Das, wer sich da hält, ey. Das hätten die zählen lassen sollen. Ich glaube, das hat letztes Jahr noch gezählt, ne? Ja! 8-5. Nein! Wie kann der da wegflitschen? Nein! 8-5. 8-6. Jetzt schiebe ich beide rein noch. Schön mit Unterschnitt. 8-6. Sorry. 8-6. 8-6. Rot. Komm, Rot. Weiter dranbleiben. Nein! Trotzdem, sehr guter Versuch. Sauber gemacht? Sauber gemacht? Kamera. Wow! Was? Wow! Ich habe zu viel Kraft. Wo? 8-6. Ich habe gestern ein Krafttraining gemacht. Ja! Das ist Glück, Mann. Das ist Glück. Das ist pure Skill. Das ist kein Skill. Willst du die Technik sehen? Ich zeige euch das. Ja, Luki. Wow! Glück, Glück, Glück. Sind wir vorne, oder was? Das ist geil. Nein, nicht mehr. Oh, das gibt es. Wer springt da zurück? Nein, der ist drin? Nein. Ja. Nein. Nein, noch nicht. Ich nehme das. Danke. Das gibt es doch nicht. Es ist einfach gerade. Ja! 10-8. Nein, ist sehr schlecht. Sack auf rechts vorbei. Kann man vorbei werfen. Dafür habe ich wirklich wenig Verständnis. Ein Dreier. Komm, Bambi. Zwei Dreier jetzt. Zwei Dreier machen wir? Nein, perfekt. Nein! 10-8. Ein Comeback brauchen wir. Komm, Lukas, ein Ange. Bravo, Lukas! Das ist ein französisches Spiel. 11-8. 11-8. Nein, ich bin warm. Nein, ich bin warm. Jawohl! 12-8. Du machst das gleiche. Aber, Bro, du schraubst so. Bravo! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Warte, bitte. Danke. 12-9. Wie ist das? 12-9. Wie ist das? 12-9. 12-9. Geil! Der liegt nicht schlecht für uns. 14-9. Wie kann man so ein Spiel finden? Nutze ich gleich als Bande. 15-9. Das kann doch nicht wahr sein, wirklich. Schotti, Schotti. Es müllert, ey. Es müllert. Habt ihr schon gemacht bei der Thomas Challenge? 15-9. Nein, noch nicht. 16-10. 16-10. 16-10. Auf geht's, Lee. Du bist super drauf jetzt. Bravo! Ja! 16-13. Hey, Lee. Hey, hey, hey. He's going, he's going. Hey, 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 hey. Jawohl, sehr guter Wurf. Top! Das ist super. Danke, Jo. Top! Danke. Danke. Nein. Warte, der German ist noch. Ich kann den nicht treffen. Ist besser. Nicht treffen, weil sonst geht's drin. 16-14. 17-14. Ja, ist gut, ist gut. 17-14. Bitteschön, Rot. Danke. Carry me. Aber ich habe clever gemacht. Ich wollte nicht einen. War 16-10 und Lee hat vier gemacht und ihr einen. Guter Ball. Guter Sack. 15. Guter Sack. 17-15. Wir sind wieder da, Lee. Du hast uns Leben eingehaucht. Geil. Sehr gut. 17-16. Glaub ich nicht, dass der da runter geht. Geil, Tobi. 17-17. Was machst du da? Ja! So warne, so warne. Mach ruhig. 17 beide. Das kann nicht sein. Nein, 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 nein! Lass! Du hast doch schon fertig. Hey, Junge. Traf dich jetzt. Ich will werfen, Mann! Ja! Game Over! Nein, nein. 18-20. Aber Manu hat voll. Sorry. Jetzt ist Game Over. Nein. Ich mach Game Time, okay? Nein, nein. Sollte Team Rot jetzt 21 bekommen, darf den Mann nachziehen. Ja. Wir spielen den Durchgang, also das ist zu Ende, oder? Den Durchgang zu Ende. Ja. Zieh ich Lamella oder gar nicht? Leroy, einen Punkt. Mit zwei Vorsprung. Ja. 18-20. Ein Dreier. Bravi! 19-20. Game Time, komm. Ist okay, ist okay. Kein Problem. Er ist blind. Ja! Schau, schau. Gut. Sehr schade. Bambi, mach mit Spin. Mit Spin. Ey. Ich schwöre, das ist ... Er hat seinen Arme nicht schwingt, Bro. 20-20. 20 beide. Wind. Ja. Sehr gut. 21. Bambi, du kannst. Jetzt ... Bambi, riskier. Kannst du richtig mal so rein da? Bring it back. Bring it back. Ja. Mit zwei Vorsprung, hab ich gesagt. Zwei Vorsprung. Mit zwei Vorsprung. Also wenn jetzt ich den mache, ist es vorbei. Nein, wir spielen den Durchgang zu Ende. Nein, wir spielen den Durchgang zu Ende. Ja, okay, okay. Ich hab ja versucht zu verhandeln. Brutal. Ja. Zwei Vorsprung. Ja. Zwei Vorsprung. Jetzt Teck vor. Brutal. Wir kommen jetzt. Brutal. Wir kommen jetzt. Brutal. Geht kein Schuss. Geht kein Schuss. Geht kein Schuss. Nicht rein, schieben. Ja! Scheiße, beide, beide. Das ist Wahnsinn. Beide. Wieder drei vor, oder was seid ihr dann? Ja. Brutal. 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 Und du hast recht gehabt, das ging dann echt ... Es geht dann schon fix. Wenn man reinkommt, geht es echt ... Gegen deinen Wurf war Wahnsinn. Oh, das war rein? Zehn Minuten zu lange. Du hast recht. Ich hab ihn einfach losgelassen. cheers. Bye, five. Bye, five. Bye, five. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Oh ja, ja! Ja, gespielt! Mann, was machst du? Das war geil. Das ist ein F-Meter! Warum?